Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir denn die besten Dampfbegelpresse-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf Ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Domena SP4200. Die Dampfpresse SP4200 von Domena ist sehr schnell bereit und bietet eine variable Dampfleistung bis 120 Gramm pro Minute mit einer Aufwärmzeit von ca. 3 Minuten. Es ist eines der schnellsten Produkte auf dem Markt und kann auch kurzfristig verwendet werden. Für den Fall, dass Sie schnell ein T-Shirt oder Hemdwiegeln müssen. Der automatischen Anpressdruck der Maschine beträgt 45 Kilogramm und damit deutlich über, welche die durchschnittliche Hausfrau ist in der Lage zu leisten. Dadurch dauert es deutlich weniger Zeit, um Wäsche zu waschen reibungslos. Wenn die Hitze und den Dampf auf die Wäsche handeln, erhöht sich dadurch erheblich die Lebensdauer. Eine automatische Sicherheitsabschaltung. Zusätzlich schützt vor Überhitzung nach 10 Sekunden und signalisiert. Dies mit einem warmen Ton. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Phoenix 4000. Dank der soliden und zuverlässigen Konstruktion konnte das Dampf bügeln. Presse von Phoenix auch im Test überzeugen. Das Modell glänzte durch eine kurze Aufheizphase, sodass es in weniger als 3 Minuten einsatzbereit. So benötigen Sie schnell ein Hemd bügeln, werden Sie nicht dieses Gerät. Im Stich mit einer Dampfleistung von etwa 90 Gramm pro Minute, das entspricht einem Druck von 4 Bar, konnten alle getesteten Wäschestücke gebügelt und auf einen faltenfreien Zustand, unabhängig von der Dicke, Stoff übertragen. Die extra großen Wassertank des Modells fasst 750 Milliliter und ist damit auch für einen Steigbügel-Marathon vorbereitet. Die große Öffnung ermöglicht, es Ihnen, noch mehr Wäsche zu verarbeiten, sodass Sie nicht nur auf den Bügeln, Hemden oder Jacken begrenzt. Auf Platz 3, haben wir die Dampfbügelpresse. Auch konnte das Modell SP77T Spädepress mit einer guten Leistung. Funktionalität und Verarbeitung glänzen. Die ersten 900 Watt-Turmidamp. Bügelpresse ist eines der größten und modernsten Modelle auf dem Markt. Und es ermöglicht Ihnen, Eisen und Pflege für Ihre Wäsche mit super schnellen Geschwindigkeit. Da diese drücken mehr als 24 mm, also groß viel. Eine herkömmliche Eisen ist, können Sie diese auch Bettwäsche und Laken mühelos eisen und setzen Sie so in einen faltenfreien Zustand. Die große 300 Milliliter Wassertank kann genügend Wasser zu lagern, in Reihenfolge komplett. Mehr Gurtdurchgänge zu führen. Über einen Schalter am Griff können Sie einstellen, wie lange die Maschine soll den Dampf liefern. Dies gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über wie nass oder trocken ist Ihr Bügeleisen behandelt werden. Der Schaumfüllte Pad ist maschinenwaschbar und daher leicht zu reinigen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Miele B995D. Mit dem Miele B995D Dampf bügeln Presse konnten während der gesamten Testphase gut und faltenfreie Ergebnisse erzielt werden. Dank den hohen Anpressdruck ist keine Anstrengungen erforderlich, um das Gerät zu betreiben. Da das Modell fast einen Meter breit ist, kann mit dieser sehr große Wäschestücke, wie Z, B, Bettwäsche gebügelt und Spannbetttücher mühelos. Variable Rollgeschwindigkeit macht es einfach unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten einzurichten, sodass Sie leicht steuern können. Wie lange Ihre Wäsche auf Hitze und Dampf ausgesetzt werden. Die automatische Fingerschutz schaltet sofort ab, wenn zur Vermeidung von Verletzungen der Benutzer berührt. Mit einem speziellen Klappmechanismus kann das Modell nach der Arbeit leicht gefaltet werden, sodass es nur etwa 0,2 Quadratmeter Fläche dauert. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Singer ESP2. Als Sieger der Prüfung und somit die beste Dampfbügel-Presse war das ESP2-Modell von Sänger sich gegenüber seinen Mitbewerbern durchsetzen. Mit diesem Produkt können Sie Ihre Wäsche zu Hause ebenso wie hochwertige pflegen, wie in einer professionellen Wäscherei möglich ist. Mit den extra breiten Bügeln-Oberfläche können Sie die Aufgabe in weniger als der Hälfte der Zeit abschließen, müssen Sie mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Ebenso, Sie schonen Ihren Rücken und können daher widmen Sie sich anderen wichtigen Aufgaben des Tages. Die elektronische Temperaturregelung mit automatischer Abschaltfunktion hilft Ihnen, immer die richtige Temperatur zu wählen und schützt gleichzeitig vor Ihnen, um Ihre Wäsche zu schädigen und Verbrennungen zu vermeiden. Der Wassertank ist einfach zu füllen und den restlichen Inhalt genau zu lesen, so Sie immer genügend Wasser zur Verfügung haben, um den notwendigen Dampf zu erzeugen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Uptate-Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.